Ja Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zum zweiten Halbfinalskampf diese Woche. Wir haben hier Eragonist gegen Baxi und diese beiden werden sich heute bis aufs Blut bis aufs Blut duellieren. Wer der Gewinner sein wird, das erfahrt ihr natürlich während dieser Episode. Wir gucken uns erstmal die einzelnen Charaktere an. Wir haben auf der linken Seite Baxi mit seinem Vogel 20% Resistenz gegen Schaden. Baxi hat 56 Leben, ein Schaden von 27 bis 28 daraus bekommen wir eine DBS von 52. Das ist schon gar nicht ohne muss man sagen. Kommen wir zum Erstschlag. Baxi hat Erstschlag von 6 und ein Crit von 50% und eine Ausweichchance von 16%. In allem im Großen und Ganzen eigentlich gar nicht mal so schlecht muss man sagen. Gucken wir uns aber hingegen Eragonist an. Hat er eine Katze mit plus 62% Leben. Das heißt, er bekommt knapp zwei Drittel mehr Leben von seiner Katze. Und das sind 1053 insgesamt, die er daraus kassiert. Und somit hat er fast 400 mehr Leben als Baxi. Doch 400 sind eigentlich gar nicht mal so viel, wenn man sich mal betrachtet, wie viel Schaden Eragonist an dem Papagei von Baxi verliert. Das heißt, hier haben wir einen fast ebenwürdigen Kampf. Noch besser wäre es für Baxi, wenn er die Katze von Dateline gehabt hätte mit 38% Resistenz. Dann hätte Eragonist nicht den Hauch einer Chance. Doch wie das Ganze jetzt hier ausgeht, das werden wir sehen. Was ist besser, Leben oder Resistenz? Das ist hier die Frage. Wenn wir uns jetzt mal Eragonist angucken. Er hat 29 bis 34 Schaden, ein Erstschlag von 5. Damit beginnt Baxi definitiv den Kampf. Ein Kritischen von 30. Der DPS beträgt 50. Ist also unter Baxi. Zudem, diese 20% Resistenz. Die ziehen den Eragonist auf einen DPS von knapp 40 runter. Das heißt, 10 Schaden verliert er durch diesen Papagei. Denn je mehr Schaden du machst, desto mehr zieht dieser Papagei ab. Zudem hat Eragonist eine Ausweichchance von 10%. Somit ist Baxi da auch im Vorteil. Wenn er es wirklich schafft, diesen Vorteil rauszuziehen, dann hast du gewonnen, Baxi. Wir gucken uns das Ganze mal an. Ich würde sagen, wir starten einfach mal das Match und gucken, wer gewinnen wird. Erstschlag, wie gesagt, den hat Baxi. Und damit legt los, Baxi. Da kommt der erste Schlag von Baxi mit 53 Schaden. Das heißt, er bleibt seinem DPS definitiv treu. Wir sehen, Eragonist geht runter auf 37 Damage von seinen eigentlich 50 DPS. Das heißt, da sind wir wirklich tief runtergegangen. Eragonist musste sich tief, tief bücken, um Baxi überhaupt die Hand schütteln zu dürfen. Und somit starten wir in einen Kampf, der unglücklicher gar nicht sein kann. Drei Angriffe. Kein einziger Kritischer. So. Da holt Baxi schon mal die Ausweichschance. Und das ist gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wenn du es schaffst, Baxi öfters auszuweichen, dann hast du hier gewonnen. Wir gucken uns mal die Lebensanzeige an. Baxi hat 451 Leben, währenddessen Eragonist 687 Leben hat. Jetzt kommen auch langsam die Kritischen raus. Beide Jungs sind aufgewärmt und somit hauen die sich jetzt wirklich die Kritischen um die Ohren. Und somit sehen wir, wie Eragonist sich langsam mit dem Leben ran Baxi annähert. Aber wenn das jetzt so weiter geht, dann werden diese Kritischen Baxi umbringen, wie wir sehen. Baxi hört jetzt auf, Kritische zu machen, während Eragonist immer noch weitermacht. 208 Leben bleiben dem Baxi noch und Eragonist hat 476. Das ist immer noch das Doppelte von Baxi. Oh, Baxi ist ausgewichen. Das könnte es noch reißen. 426 Damage. Baxi ziehen runter, weich weiter aus. Und er hat es wirklich geschafft. Zweimal ausgewichen. hintereinander. So viel Glück muss man haben, währenddessen Eragonist nicht einmal ausgewichen ist. Da kommt auch direkt der Kritische von Baxi. Und somit ist es nicht mehr weit, Baxi. Es ist nicht mehr weit. Ihr seid nahezu gleich. 216 Leben zu 167. Jetzt 129. Baxi, hau da noch was raus. Du kriegst das hin. 106 der nächste Kritische. Das Glück bleibt Baxi treu. Somit hat Baxi ausgeglichen. Eragonist 110 Leben. Baxi 129 Leben. Wenn Baxi es jetzt noch schafft auszuweichen, dann war es das. Ein Kritischer von Eragonist. Jetzt wird es knapp schafft. Baxi ist mit einem Kritischen. Hätte er es nicht geschafft, mit einem Kritischen jetzt zu töten, dann wäre Baxi definitiv gefallen. Dieser letzte Kritische hat ihm sowas von das Genick gerettet. Denn Baxi hat nur ein Leben von 43. Das heißt, wenn Eragonist jetzt hier seinen Vorteil endlich rausgezogen hätte und ein Kritischen gelandet wäre, wäre es das gewesen für Baxi. Natürlich hätte Baxi es auch schaffen können, wenn Eragonist kein Kritischen gelandet hätte. Aber so viel Glück muss er ja nicht haben. Wir gucken uns das Ganze mal an. Ich habe ja hier eine Liste erstellt. Was wäre dann der nächste Schlag von Eragonist gewesen? Der nächste Schlag von Eragonist wäre 34 Damage gewesen. Das heißt, das hätte es wirklich nur nicht reißen können. 34, somit wäre ein Baxi. Das wäre doch spannender gewesen, Baxi, wenn Eragonist jetzt noch ausgewichen wäre. Wieso hast du ihm nicht die Chance gegeben, einen ehrenvollen Tod zu erleiden? Jetzt hast du es aber geschafft. Du hast Eragonist geschlagen. Es war verdammt knapp. Ein, zwei Schläge im Unterschied. Und diese eine Kritische war es wohl gewesen. Stell dir mal vor, du hättest diesen Kritischen nicht gelandet. Wie viel Leben hat er zum Schluss? 110. Du hättest keinen Kritischen gelandet. Hättest du jetzt vielleicht 51 Schaden oder maximal 53 Schaden zweimal hintereinander gemacht. Das wären 106 Damage gewesen und er hätte mit vier Leben gewonnen. Du hast Glück, diesen Kritischen ausgepackt zu haben. Und damit würde ich sagen, war es das für diesen Kampf. Wir schauen uns die Tabelle an und wir sehen. Baxi, du kommst weiter. Eragonist viel Glück in der nächsten Staffel. Und nächste Woche erleben wir den Kampf zwischen Baxi und Deadline. Beide haben einen Papagei, den ihnen Schadenresistenz gibt. Doch Baxi hat einen kleinen Nachteil. Denn seiner gibt nur 20%, der von Deadline gibt 38%. Am Mittwoch folgt dann Livestream. Baxi, tu noch irgendwas, um das Ganze zu reißen. Denn diese 38% Schadensresistenz, die werden dir ziemlich wehtun. Ich habe hier die Liste von Deadline noch offen. Deadline 750 Leben, Baxi 57 Leben. Deadline Schaden von 35 bis 40, Baxi Schaden von 27 bis 38. Bekommt er jetzt noch die Waffe von Ehrengedist? Weitet sich das vielleicht noch auf 27 bis 35 hin? Das würde aber hier noch lange nicht reichen. Was muss da eigentlich passieren, damit der Ehrengedist vielleicht doch noch gewinnen kann? Oder der Baxi meine ich. Der Vorteil an Baxi ist, er hat einen Erstschlag von 6. Womit er definitiv beginnen wird. Die Kritischen sind gleich, die DPS sind unterschiedlich. Baxi kann mehr ausweichen. Doch hier wird Deadline definitiv im Vorteil sein. Mit seinen 38% Resistenz im Gegenschaden, währenddessen Baxi nur 20 hat. Baxi, du musst dir ein bisschen was einfallen lassen. Nimm dir die Klamotten, die du hast. Versuch damit irgendwas zu reißen. Du hast noch die Katze mit 62% Leben. Vielleicht könnte sie dich da raushauen. Du könntest aber, wie Ehrengedist, hier enden und weggecrittet werden, ausgewichen. Und das war's. Nun ja, bereitet euch darauf vor. Freunde, wir sehen uns nächste Woche zum Finale. Baxi, auch du kriegst natürlich die Mottrechte, wie versprochen. Nächste Woche geht es um den Joker. Wer da gewinnt, hat einen Wunsch frei auf meinem Kanal. Haut rein, euer Sirum. Tschüss.